Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte dich zu mir einladen, zu mir auf meine Instagram-Seite einladen, denn dort habe ich etwas Tolles geplant. Und zwar möchte ich fünf Tage lang live gehen, immer morgens gegen 9 Uhr, wenn das passt. Ich werde diese Live-Videos aber auch immer auf meinem Instagram-Kanal unter IGTV abspeichern und werde in diesen fünf Tagen über fünf Themen aus meinem neuen Online-Kurs stark statt gestresst als Mama und Frau sprechen. Werde über die Themen im Allgemeinen sprechen, warum es wichtig ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Werde euch schon erste Tipps geben, was ihr ausprobieren könnt. Und zwar wird es um Themen gehen wie Selbstliebe, um Achtsamkeit, um Ungeduld und Stress, um all solche Sachen, die uns in unserem Mama-Alltag zwangsläufig bewegen, beeinflussen. Und da möchte ich euch so ein bisschen einen Einblick darin geben. In etwa, ich kann ja nicht zu viel verraten, welche Themen im Online-Kurs besprochen werden, warum es wie gesagt wichtig ist. Dass wir uns mit diesen Themen auch zwangsläufig irgendwo mal auseinandersetzen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, uns mit unserer Selbstliebe zu beschäftigen, mit unserem Selbstvertrauen zu schauen, wie kann ich den Stress abbauen, den Druck abbauen, die Unruhe in mir abbauen, wo kommt die eigentlich her, wie kann ich besser im Alltag damit umgehen. Dazu möchte ich euch einladen, wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, das zu tun. Den Link zu meinem Instagram-Profil und auch nochmal alle Infos zu meinem Instagram-Live-Event findet ihr unten in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, euch auf Instagram begrüßen zu dürfen, euch aktiv in dieser Woche dabei zu haben. Holt euch ganz, ganz viel Input, holt euch ganz, ganz viele Informationen. Schon das, was ihr da kostenlos an Inhalten bekommt, wird euch so gut tun und euch weiterhelfen und euch inspirieren. Und ihr könnt euch auch immer noch auf die Warteliste für meinen neuen Online-Kurs setzen. Und nur wer auf der Warteliste steht und dann später auch den Kurs kauft, also da verpflichtet ihr euch jetzt erstmal zu noch nichts, bekommt ganz, ganz exklusive, hochwertige Boni von mir noch mit dazu. Also auch den Link zur Warteliste findet ihr unten in der Infobox. Ich freue mich sehr, wenn ich euch bald auf Instagram in meinen Live-Videos oder dann in den Kommentaren, wenn die Videos abgespeichert sind, lese und sage bis dann!